. Guten Morgen, Herr Meier. Guten Morgen, Herr Ischbach. Ah, cool. Haben Sie einen Brunch? Ja, genau. Nur beim Brot bin ich nicht sicher, ob das das ist, das meine Frau einmal kaufen muss. Einen kleinen Moment, schnell. Normalerweise ist mir direkt auch ein dunkles Brot. Prima, danke. Zum Glück kennen Sie uns schon so gut.